Jo moin Leute, die Bundesliga ist zurück aus der Winterpause, allerdings wir sind immer noch in der Hinrunde mit dem letzten Spieltag, Spieltag 16, Saison 20 zu 21, 23 Predictions. Alle Freitagspieler live auf The Zone und alle Sonntagspieler live auf The Zone. Und manche auf sat1brand.de. Los geht's, heute um 20.30 Uhr live auf rand.de im Sat.1 rand.de und auf The Zone. RB Leipzig unterliegt zuhause den FC Bayern München 0 zu 4, äh 1 zu 4. Dann morgen um 15.30 Uhr live auf Sky Sports Bundesliga. 1. FC Union Berlin schlägt TSG Hoffenheim zuhause 3 zu 2. Dann VfL Wolfsburg unterliegt FC Freiburg 2 zu 5. Dann VfL Bochum spielt gegen Järta BSC Berlin 1 zu 1. VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05 0 zu 1 für die Mainz. Dann Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04. Das ganze geht 4 zu 0 aus für die Eintracht aus Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch! Dann das Tipico Top-Spiel der Woche live auf Sky Sport Bundesliga. Sky Sport Bundesliga UHD HDR und Sky Sport Top Event. Der 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen. Und das ganze geht 6 zu 1 aus für den 1. FC Köln. 6 zu 3 aus für den 1. FC Köln. Herzlichen Glückwunsch! Und übermorgen live auf der Zone um 15.30 Uhr Borussia Dortmund unterliegt FC Augsburg knapp mit 2 zu 3. Und um 17.30 Uhr das Rheinische Derby Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Das ganze geht 1 zu 2 aus für Bayern 04 Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch! Und alle Partien live in der Sportschau im Radio zu bringen. So, das war's von den Predictions zum 16. Spieltag der Bundesliga Saison 20, 22, 23. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Obo, Sterne mit das Glöckchen. Das nicht vergiss ein Zockte Wien. Dann verpasst dir gar keine Benachrichtigung auf den Channel. Bis danach. Gut kick, ciao! Super! 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 Untertitelung des ZDF, 2020